moin und damit herzlich willkommen zu einem video der doch mal wieder etwas anderen art ja ihr seht also ihr seht de facto schon weil sonst seht ihr mich nicht so häufig so nah ja wir sitzen tatsächlich hier wieder mal doch ein leichter zuforsam karl zusammen also du und ich vom bildschirm hier du vom bildschirm ich hier ja das kommt tatsächlich ganz ohne grund denn es gibt tatsächlich mal wieder ein paar kleine informationen sich an der stelle wird euch teilen muss damit ihr wieder gewahr sei über dessen was sich hier auf dem kanal alles so gemacht wird und getan wird und so tut ja es hängt ganz vornehmlich natürlich damit zusammen es habt es sicherlich über die letzten post schon so über discord als auch über youtube schon mitbekommen dass ich tobi jetzt zum ersten 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 zwölften dementsprechend jetzt des monats zum 1. dezember ja vom kanal zurückgezogen hat das hat bei ihm einfach zeitliche gründe familie ne er hat da dementsprechend jetzt natürlich dann mit kleinkind und ordentlich action im haushalt das natürlich sehr zu gönnen ist aber natürlich so viel betrieben und mit arbeit und allem auf dem kessel dass er natürlich dann nicht immer hinter dem allen hinterher kann was das über uns dann gemacht hat und dann dementsprechend auch zurecht weil familie einfach an der stelle vorgeht sein engagement bei uns jetzt an der stelle runter gefahren hat ja heißt es natürlich auch für uns dass wir unsere sache ein bisschen umorganisieren müssen weil unterm strich ist es so gewesen bislang tobi hat uns schon massiv unter die arme griffen das betraf sowohl ein bisschen so paar background arbeiten die man jetzt so nicht gesehen hat als auch so ein paar offensche dinge die man auch durchaus waren konnte also ganz klar die moderation des discord servers und alle arbeiten dazu ging ganz klar auf seine kappe videos vor allem für mich in erster linie zu schneiden und bereitzustellen auf youtube entschuldigung ging auf seine kappe thumbnail erstellung war er häufig dementsprechend mit bei involviert hat das durchgeführt für uns und einige weitere aufgaben so das ist also auf jeden fall eine ziemlich ziemlich lange liste als solches so und da muss man einfach sagen dass der natürlichen ausfall den können wo und ich jetzt nicht weil wir auch noch neben erarbeiten und alles den können wir nicht eins zu eins ersetzen das heißt wir müssen an der stelle ein bisschen umstrukturieren bisschen umdenken aber keine sorge es wird sich nicht allzu viel für euch ändern da draußen wo hat es erst mal so eingerichtet auf jeden fall dass er ganz ganz viel video producing erst mal betrieben hat jetzt für den dezember also der wird jetzt euch habt ihr sicherlich schon so ein jeden fall ja jetzt über den ganzen monat hinweg durchaus erhalten bleiben er will auch noch mal schauen dass er das ganze mit seinem eigenen projekt noch mal ein bisschen weiter vorantreibt auch mit einem eigenen streaming tag ihr wisst momentan streamen montags p&r freitags stream momentan kubier kickers an der stelle eafm sind wir da unterwegs und er möchte ganz gerne noch mal einen eigenen slot aufmachen schauen wir mal wie das ist was ist aber die absolute hauptänderung und die werdet ihr wahrscheinlich an der video schon gesehen haben wir werden ab der heute ab den heutigen tage beziehungsweise so gesehen auch mit den aufnahmen die ich jetzt gerade momentan bei mir schon auf der platte habe die soweit auch schon fertig sind aber halt noch nicht veröffentlicht sind werden wir davon abgehen einzelne folgen zu produzieren sondern wir werden euch den stream als gesamtes als geballtes gesamtprodukt zur verfügung stellen auf youtube mir ist bewusst oder uns ist bewusst dass das natürlich auf den algo seine auswirkungen haben wird dass das finanziell wahrscheinlich uns ein kleines loch ins kontor schlagen dürfte das ist aber ein risiko dass ich eingehe auch wenn ihr vielleicht da draußen sagt hey digga jetzt sehe ich jetzt kriege ich so zwei stunden wenig häppchen weil serviert wie sonst immer meine meine ausgabe sondern es kriege ich dann irgendwie zweimal die woche jeweils einen zweistündigen stream geklatscht es ist denke ich tragbar also es ist tragbar weil wenn ihr selber ich kenne das ja auch wenn ich jetzt vom vom killer oder so schön grüße an der stelle ein stream angucke und dort dann pausiere beziehungsweise tab schließe und dann wieder aufmache dann werde ich schon an dem punkt zumindest auf dem desktop zurückgesetzt wo ich gewesen bin und auch auf smartphone app youtube app merkt sich das eigentlich auch häufig also von daher man kommt da schon wieder hin wo man gewesen ist und ich denke das ist schon okay ihr könnt euch ja das für euch selber einteilen ihr müsst ja nicht zwei stunden einfach uns am stück reinziehen oder mich jetzt am stück reinziehen wir können auch sagen ey ich mache jetzt heute ein stündchen morgen viertel und übermorgen dann den rest das ist ja euch am ende überlassen so ich lasse euch natürlich dann die wahl es geht einfach nur darum dass für uns dann das unterteilen folgen das betiteln der folgen das einrichten der folgen wie auch der schnitt zwischendrin das verarbeiten natürlich das wenn das kostet alles zeit das kostet alles zeit die ich momentan nicht habe die mo auch nicht hat die uns am ende er davon abbringen sogar dann euch den content liefern zu können in der schlagzahl und in dem umfang den ihr bislang gewohnt zeit und einfach um das zu verhindern müssen wir dahingehend einfach einen kleinen schalter kippen gehen das haben und ich jetzt auch schon recht klar und für uns entschieden also wie gesagt das ist nicht wundert es gibt es demnächst halt dann weniger folgen dafür dann dementsprechend das ganze halt alles als streamformat ansonsten soll es jetzt aber erstmal nicht viel ändern es wird vielleicht noch richtung jahreswechsel noch mal ein info video geben was den discord server anbelangt da wurde ich noch nicht ganz endgültig beschlossen was wir dahingehend machen weil wir finden das medium vom discord als solche schon ganz gut wir haben das problem wir können nicht so richtig der überwachungs der aufsichtspflicht sozusagen die wir als serverleiter dagegen haben kommen wir nicht so können wir nicht so hundertprozentig nach gehen wie wir es gerne nachkommen wollen würden und dementsprechend muss da auch noch irgendwie eine lösung einfallen lassen aber dazu dann zu die gottgebenden zeitpunkt mehr wichtig ist auf jeden fall dass ihr jetzt wisst es werden ab jetzt keine folgen mehr kommen sondern nur noch dann auch relativ zeit nach der produktion dann immer die streams dann dementsprechend passen hochgeladen werden und ja die restliche unterteilung liegt am ende euch es ist für euch eine kleine umstellung für uns aber eine riesengroße zeitersparnis dem ganzen gegenüber steht und einfach aus dem grunde heraus weil wir die zeit einfach an anderen ecken und händen brauchen denn ich könnte das sehr gut nachvollziehen von daher ich danke euch ganz herzlich dafür dass ihr mir jetzt hier wieder beim talken zugehört habt mit mir euch jetzt hier wieder abgegeben habt ich denke die infos war relativ klar angekommen ja und wir sehen uns dann wieder natürlich in weiteren streams könnt natürlich wieder ganz gerne daumen nach oben auch für das info video kanabo falls euch geschehen links zu twitch wenn ihr bei live dabei sein wollt auch schon wenn ihr da ihren senf zu geben wollte in der beschreibung seid ihr auch wie immer herzlich zu eingeladen ja und dann sehen wir uns dann dementsprechend in weiteren folgen ausgaben episoden wieder beziehungsweise folgen ist ja nicht sondern den streams und dem was von stream sozusagen rüber kommt aber keine sorge ich bewerte weiterhin auch die ansprache an euch natürlich youtube da draußen und werde euch natürlich den tisch fallen lassen es ist am ende ihr seid meine zuschauer schafft egal über twitch oder über youtube und ihr seht alle am ende dasselbe so das einzige ding ist natürlich dann noch live interaktion aber gehüpfig gesprungen also macht euch keinen kopf wir sehen uns bis der ende dankeschön adios